So Freunde, wir testen heute mal was. Normalerweise sind wir ja eher ein bisschen tiefgründiger unterwegs hier und kümmern uns ums Innergame, um die Psychologie. Aber heute kümmern wir uns mal ums äußere Spiel und sind mal ein bisschen oberflächlicher und kümmern uns ums Aussehen. Das macht schon Spaß. Das heißt, wir betreiben mal ein bisschen Luxmaxing und gucken, was man optisch noch rausholen kann. Und wenn euch die Serie gefällt, ist jetzt auch nicht 100.000% kriegsentscheidend. Aber wenn euch das gefällt und Spaß macht, dann kann ich das gerne in nächster Zeit hier und da mal einstreuen zwischen den tiefgründigeren Dingern. Denn die Optik ist nun mal Teil unseres Alltags, Teil unseres Soziallebens auch. Und es kommt jetzt nicht 100% drauf an, aber es kommt auch nicht 0% drauf an. Und natürlich ist das auch Matrixkäse. Dein innerer Wert kann nicht von deinem Äußeren abhängen. Aber in der Matrix läuft es ja teilweise so ab und wir leben nun mal in der Matrix. Und von daher muss sich sowieso jeder eine äußere Präsentation für sich aussuchen, beziehungsweise ist auf eine angewiesen. Du kannst ja nicht auftauchen. Und warum dann nicht das Beste da rausholen, was beim Vorstellungsgespräch und bei den Frauen und so weiter besser funktioniert. Und wie gesagt, nehmt das alles nicht wahnsinnig ernst. Verwechselt das nicht mit euch selbst, nicht mit eurem Selbstwert. Und identifiziert euch nicht mit eurem Äußeren, sondern sucht euch eben einfach eine äußere Präsentation aus, die euch hilft. Und ich kam da vor ein paar Tagen drauf, als ich mein Fußballvideo gemacht habe und habe dann hier die schreckliche Frisur von Jogi Löw gesehen und gedacht, meine Fresse, dann mach doch mal wenigstens ein bisschen Produkt in die Haare, dass du nicht aussiehst wie der siebte Beetle. Denn grundsätzlich ist er ja jetzt kein hässlicher, aber wie gesagt, man müsste dann vielleicht ein bisschen Produkt in die Haare machen. Hier könntest du jetzt halt auch Angela Merkel drunter Photoshoppen und man würde es kaum merken. Außer man würde vielleicht sagen, oh, hat sie sich die Haare gefärbt? Und dann habe ich die Bilder hier gesehen, wo es bei irgendeinem Spiel mal richtig heftig geschüttet hat und er die Haare so nass hatte und auf einmal hier so diese klassische James-Bond-Frisur hat. Und habe dann gedacht, ja, warum nicht öfter so? Warum nicht mal ein bisschen Produkt wenigstens in die Haare? Ja, man muss ja jetzt keinen Kilo Gel reinklatschen, wie das manche von uns so machen. Aber so in die Richtung könnte es ja gehen und das würde wesentlich lässiger und cooler aussehen. Und das war, glaube ich, nochmal bei dem anderen Spiel. Und hier sieht es auch so aus, als hätte er ein bisschen Muskeln. Das macht halt auch was aus. Hier so ein bisschen, sieht wahrscheinlich hier nur so aus, glaube ich, weil er da gerade am Rumplerren ist. Aber sieht zumindest ein bisschen lässiger aus, wenn man sieht, okay, der Typ trainiert auch ein bisschen. Ja, sieht da tatsächlich ganz lässig aus. Und gab es wohl auch tausend Kommentare von ausländischen Leuten, wie auch der deutsche Trainer ist ja so sexy und bla bla bla. Das heißt, Jogi, mein Tipp, bisschen Produkt in die Haare ab jetzt. Oder halt vorher nochmal eine Stunde durch den Regen laufen, bevor das Spiel losgeht. Ja, hier nochmal zum Vergleich die Vollkatastrophe von vorher. Sieht aus wie sein trotteliger Zwillingsbruder von eben, finde ich. Dann das Nächste, was ich ausgegraben habe, ist hier der Finanz-YouTuber Thomas, wie heißt der, Thomas Kehl, glaube ich, von Finanzfluss. Ja, gerne mal reingucken, guter Kanal. Und ja, wie ist er so, wie sieht er so aus? Ganz gut aussehender Typ, ganz gute Veranlagung. Dann hier ein bisschen, das Hemd ist schick, ein bisschen Pommes-Ärmchen. Aber, ja, würde ein paar Muskeln gut tun und halt so ein bisschen der anständige Typ. Und er erinnert mich immer so an den, hier, Julian McMahon von Niptuck in jungen Jahren. Der Schauspieler, ja, sieht er ihm ein bisschen ähnlich, finde ich. Und meistens sieht er halt so aus in den Videos und in irgendeinem Video sah er dann aber auf einmal so aus. Hat hier den Bart so stehen, die Haare mal ein bisschen James-Bond-mäßiger, ein bisschen lässiger. Und was natürlich was ausmacht, ist hier der Rolli, macht den Hals ein bisschen breiter und dann die Kamera von oben macht die Gesichtsform besser. Aber vor allem der Bart ist es halt und die Gesichtsfarbe. Hier, gut, das ist halt auch so ein Scheinwerfer-Ding für die Videos. Aber hier ist eine bessere Farbe und der Bart macht unheimlich viel aus. Und waren halt auch tausend Kommentare, der Bart ist ja vernünftig und gut und lass den bloß dran und bla bla bla. Das heißt, ich würde ihm auch empfehlen, ja, nie wieder glatt rasieren. Und das war's, ne, hier sieht er aus wie so ein französisches Model oder sowas. Hat halt auch gute Features, die Augen sind gut und der dunkle Typ und so weiter. Aber das ist ja nicht der gleiche Typ wie er hier. Und dann hier noch ein paar Muskeln draufpacken und so weiter und so fort. Dann hast du den Fuß halt bei allen möglichen sozialen Sachen schon mal schneller in der Tür und auch bei den Ladies natürlich, wenn dir der Sinn danach steht. Ja, und wieder für die Jammer-Kommentierer, ich habe es ja am Anfang gesagt, sicher ist das oberflächlich, es ist auch wurscht hier. Aber jeder hat ja eine äußere Präsentation. Irgendwie musst du auftauchen. Und warum dann nicht so auftauchen anstatt so auftauchen, wenn sich dadurch hier und da die eine oder andere Tür mal leichter öffnet. Ja, dann noch ein paar witzige Beispiele. So kann es natürlich auch laufen. Das heißt, wenn man es sich besonders schwer machen will, dann bitte so. Das heißt, das Nice Guy Shirt. Am besten noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen. Die Vergewaltigerbrille. From the Makers of Rapist Glasses. From the Makers of Rapist Glasses. Dann die Trottelfrisur. Überhaupt nicht in der Sonne und so weiter. Und sofort die Frisur der absolute Horror. Das heißt, so den absoluten Worst Case draus machen. Und das ist leider nur ein What-Not-To-Do-Bild. Das heißt, da habe ich jetzt nicht das Umstyling dazu, was da noch möglich ist. Der hat jetzt natürlich nicht das gleiche Gesicht wie der Typ eben von Finanzfluss. Aber gerade dann, wenn du nicht das absolute Top-Gesicht hast, dann musst du ja erst recht das Beste draus machen. Aus dem Rest und aus der Frisur und so weiter. Und vielleicht nicht alles genau so machen, dass du in sämtliche Nerd-Cab rein schlägst. Dann, wen haben wir hier? Modern Talking. Thomas Anders. Ganz fieser 80er Style. Oder ist es Antonio Banderas? Ach nee, es ist George Clooney mit absolutem Horror-Styling. Und da vielleicht auch mal ein bisschen, hier seht es ja rechts, aber vielleicht mal ein bisschen die Haare vernünftig. Denn Fukuhila trägt natürlich heute so kaum noch einer. Gott sei Dank. Aber worauf ich auch hinaus will, das heißt immer, die Hollywood-Stars, die sind alle so unfassbar schön. Was aber zumindest teilweise hier und da überhaupt nicht stimmt. Das heißt, guckt ihn euch links an. Eine absolute Katastrophe. Also du kannst auch einen schönen Menschen mit einem schlechten Styling ordentlich versauen. Und deshalb vielleicht mal ein bisschen Bart wachsen lassen. Ein bisschen Drei-Tage-Bart. Ein bisschen Produkt in die Haare. Gerade wenn du dann so ein Wischmopp wie er auf dem Kopf hast. So dicke Haare. Ja, das ist dann ohne Produkt schwierig. Vielleicht die Augenbrauen mal nicht bis zum Kinn runter. Oder vielleicht auch zwei draus machen, wenn du nur eine hast. Und so weiter und so fort. Das schlimme 80er Shirt. Vielleicht mal rechts gegen vernünftige Klamotten eintauschen. Und ein bisschen in die Sonne gehen, wenn du halt eine Kalkleiste bist. Und klar, wenn man dann halt so ein Gesicht hat wie er, dann sieht das halt auch Hammer aus. Aber wie gesagt, gerade wenn du nicht so ein Gesicht hast, wenn du nicht die gleichen Voraussetzungen hast und dann noch hier links den Style draus machst, dann wird es halt doppelt schwierig. Deshalb einfach nicht zu ernst nehmen, wie ich es immer sage, aber das Beste draus machen. Und bei ihm, er kann dann auch, wie wir hier rechts sehen, so in die Motorrad. In die mexikanische Motorrad-Drogendealer-Gangster-Karriere einsteigen. Optisch zumindest. Ja, hier so der schicke Gentleman Gauner und hier Carlos Ramirez, der dir die Mafia-Brüder auf den Hals hetzt. Dann, wen haben wir hier? Auch den unfassbar attraktiven, den man auf keinen Fall mit einem Styling versauen könnte. Ja, wer ist das? Matthew McConaughey oder McConaughey? Ja, und wie ihr seht, mit einem schlechten Styling kann man da auch einiges versauen. Und wenn du halt so einen fusseligen Bart hast, ja, manche haben halt die Bartstruktur, dann geht halt diese Bartlänge meines Erachtens nicht. Das sieht dann einfach wie so ein Straßenpenner aus bei den Haaren. Ist es ähnlich bei ihm. Und dann kannst du es alles wegrasieren. Und hier so den Maggie in Mäuse rubschnitt. Dann sieht er aber aus wie Michael Schumacher. Und ja, hat halt ein gutes Gesicht, aber macht so ein bisschen Michael Schumacher draus. Oder man macht dann hier so den südländischen Lavat raus, wie sie es für den Film Sahara gemacht haben, wo sie ihm alles ein bisschen dunkler gefärbt haben. Und mal ein bisschen den Bart vernünftig und die Haare auch mal ein bisschen länger. Und damit würde ich generell rumprobieren. Ja, passen jetzt lange Haare, passen kürzer, kürzere Haare. Ich behaupte, bei den meisten passen ein bisschen längere Haare. Aber du siehst einfach erwachsener, du siehst ein bisschen lässiger aus, wenn du jetzt nicht so den klassischen Maggie und Mäuse rubschnitt hast. Und dann haben wir ihn hier noch in einem anderen Film, wo sie ihm, ich glaube nicht, dass er das nur an Gewicht zugenommen hat, sondern wo sie ihm hier so Prothesen ein bisschen dran gezimmert und geschustert haben und die Haare ein bisschen abrasiert noch. Das heißt, da sieht man dann ganz schnell, wie das gute Aussehen auch flöten gehen kann. Wenn der Körperfettanteil zu hoch wird, die Klamotten scheiße sind und die Haare flöten gehen. Gut, da kann man dann nichts dran machen, außer man lässt sich ein Toupet aufsetzen oder eine Haartransplantation verpassen. Das ist dann persönliche Geschmackssache, aber es ist schon krass, dass das derselbe Typ praktisch ist, wie er hier. Dass das derselbe Typ ist. Das heißt, man kann mit Körperfett und Styling und Haaren eine ganze Menge machen. Oder hier auch, dass dann hier die Konturen komplett verschwinden, dass auf einmal noch ein Kind da ist, der Hals und so weiter und so fort. Oder, wie ihr hier auch seht beim Film Dallas Buyers Club, also sich da auf, keine Ahnung, 58 Kilo oder was auch immer runtergehungert hat und dann die fiese Friese und so weiter und dann das Gesicht auch völlig flöten geht. Dass hier die Konturen und die Fullness oder wie man es auf Englisch nennen würde, auch komplett flöten geht, wenn man halt zu dünn ist. So ähnlich auch bei Kollege Batman, als er sich so runtergehungert hat, 85, 90 Kilo oder was er hier gewogen hat und dann hier ein paar und 50 Kilo wahrscheinlich nur noch, ja, dass dann völlig die Gesichtszüge einfallen und flöten gehen. Oder hier, wo er Dick Cheney spielt und dann auch die Gesichtszüge andersrum flöten gehen, weil er einfach so viel zugenommen hat. Und da haben sie ihm aber, glaube ich, auch Prothesen dran geknallt und natürlich noch die Haare geklaut. Das heißt, das ist derselbe Typ wie er hier. Oder hier wird er einen relativ niedrigen Körperfettanteil haben, ohne magersüchtig zu sein. Das heißt, hier wird er irgendwas um die 10% Körperfett haben und dann kommen halt die Konturen vernünftig raus, aber ohne halt hier einzufallen, wenn es dann zu weit drunter geht. Und hier, das ist vielleicht das anschaulichste Bild, das heißt hier die blöde Nichtsagende Garnichtsfrisur praktisch und sich die Kilos angefressen. Das ist tatsächlich Batman, das ist Christian Bale. Da seht ihr also, was einen zu hohen Körperfettanteil ausmacht. Und hier sehen wir es auch nochmal, da ist er, glaube ich, nicht ganz so dick, aber auch auf dem Weg dahin. Und das ist der gleiche Typ, dass die Gesichtszüge völlig flöten gehen. Olaf Schmitzmeier, jeder Volltrottel von der Tankstelle, der alles vergisst. Ja, das soll es für das erste Mal gewesen sein. Als kleiner Test gerne mal reinkommentieren, wie ihr das Ganze findet und liken und favorisieren und bla bla bla. Mir macht das Spaß, wir machen das im Forum auch. Das heißt, wer will, bekommt seine Optik gepimpt. Aber wie gesagt, verliert euch nicht drin, das ist nur ein Element. Und wenn das Innenleben nicht stimmt, dann wird es trotzdem schwierig. Egal wie gut die Optik ist. Und dann sehen wir uns im Coaching im nächsten YouTube-Video oder im Next Level Forum. Links dazu, gerne mal reingucken, sind unten in der Beschreibung. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Wie das als Mann macht, macht's das Verkehr. Bis dann, haut rein, macht's gut.